Hallo, schön, dass du hier bist zur heutigen Meditation. Mein Name ist Annika Henkelmann und ich möchte dich heute dazu einladen, mit mir gemeinsam in Stille zu meditieren. Suche dir hierfür einen Ort, an dem du ungestört sein wirst, gerne auch draußen in der Natur, wo du zum Beispiel den Vögeln lauschen kannst. Ich werde dich gleich am Anfang der Meditation noch anleiten und anschließend genießen wir gemeinsam zehn herrliche, wohltuende Minuten der Meditation in Stille. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Komme kurz an und nun überlege dir, worauf du in den nächsten zehn Minuten deinen Fokus lenken möchtest. Vielleicht möchtest du einfach lauschen. Vielleicht möchtest du deinen Fokus auf den Bereich legen, wo du deinen Atem am besten spüren kannst. Das kann sein, dein Bauch, der sich ganz langsam hebt und senkt. Oder deine Nasenspitze. Vielleicht auch deinen Brustkorb. Eventuell möchtest du auch ein Mantra aufsagen, wie zum Beispiel, ich bin ganz ruhig und entspannt. Lege deinen Fokus darauf, was sich für dich am besten und richtig stimmig anfühlt. Und ich werde in den nun folgenden zehn Minuten nicht sprechen, wir werden einfach gemeinsam die Stille genießen. Du wirst lediglich alle 60 Sekunden einen Gong hören. Dieser wird dich wieder zurück ins Hier und Jetzt holen, falls deine Gedanken mal abschweifen. Wenn die Gedanken abschweifen, ist das völlig in Ordnung und auch völlig normal. Das Gedankenkommen liegt in unserer Natur. Wenn du dir dessen bewusst wirst, kehre einfach, ohne Bewertung, zurück zu deiner Praxisübung. Und jetzt beginnen wir mit den zehn Minuten in Stille. Und jetzt werden wir mit den zehn Minuten in Stille. Und jetzt werden wir mit den zehn Minuten in Stille. Und jetzt werden wir mit den zehn Minuten in Stille. und jetzt werden wir mit den zehn Minuten in Stille. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020